vielleicht ist es wie bei dir ich liebe es etwas zu konzipieren ich liebe es dinge zu gestalten produkte zu entwickeln der punkt ist dann aber wenn es bei mir in der schublade liegt dann kann ja keiner damit was anfangen einen wert für sich haben es nutzen und diese positive absicht mit der mal etwas konzipiert etwas erstellt kann dann nie realisiert werden das heißt irgendwann kommt der entscheidungspunkt ob ich in der komfortzone bleibe und lieber das nächste produkt das nächste konzept macht oder sagt okay ich habe alles ist alles da jetzt gehe ich in die sichtbarkeit und biete auch die themen an wie ist es bei dir ich bin gespannt was du sagst wie viele dinge du vielleicht auch schon in der schublade hast gut brauchst du jetzt hier nicht reinschreiben zu geben oder irgendwie hier nach außen präsentieren aber der punkt ist einfach wir haben glaube ich alle dinge bei uns die nach außen zu erklärungsbedürftig sind und nicht sichtbar werden und da können wir uns gegenseitig helfen und ich glaube dafür ist auch so eine starke community gut und im business upgrade dass wir gemeinsam gestalten gehen wir genau diese themen an ich freue mich auf dich und auf deine kommentare und bin auch gespannt wo du gerade mit deinem business stehst ja ob du vielleicht auch auf dem weg bist in die sichtbarkeit oder ob du sagst da ich muss erst noch das produkt verbessern ja lass es mich gerne wissen es mich gerne wissen